Herzlich willkommen zu einem Podcast des Projektes OER für die Lehrkräftebildung, Handlungsstrategien für heterogene Klassen der Universitäten Oldenburg und Vechta, gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Zusammenarbeit mit der Universität Flensburg. Herzlich willkommen, mein Name ist Dietz Wiedemann und ich begrüße Sie alle bei unserer zweiten Podcast-Folge. Und ich begrüße natürlich auch wieder Clemens Hildenbrand, den ich auch heute wieder ganz erlaubt Clemens nenne. Hallo Clemens. Hallo Nils. Sind wir ja schon gewohnt mit unserem Vornamen. Und wir haben ja letztes Mal das Thema guten Unterricht angesprochen, haben also direkt mit einem großen Thema angefangen. Und warum kleiner werden? Das Thema ist heute Inklusion. Also es bleibt weiterhin spannend, es bleibt weiter bestimmt diskutabel. Und ich würde direkt mal ins Thema einsteigen und habe mir natürlich wieder ein paar Fragen überlegt für dich und gehe davon aus, dass du die wieder ganz zielgerecht beantworten kannst. Und ich möchte am Anfang so ein kleines Bild zeichnen. Und meine Frage ist, wenn Inklusion ein Bus wäre, dann würde ich sagen, dass der Fahrplan aktuell so gestaltet ist, dass das nicht alles rechtzeitig zur Haltestelle schaffen. Ist das Tempo dieses Busses so, weil man das gehört, der Bus ist zu spät losgefahren vom Busdepot und alle kommen nicht mehr mit? Oder das wäre so mein Gefühl? Vielleicht kannst du da sowas sagen. Das ist ja ein ganz neues Bild, was du da entwickelst, lieber Nils. Boah, ja, also was kann man damit assoziieren? Also ich sage mal, so Bilder helfen uns ja immer so ein bisschen die Situation zu verstehen, was da passiert. Und ein Stück weit war es natürlich so, dass die Situation uns alle ein bisschen überrascht hat. Natürlich gab es im Fach oder auch international gab es Debatten um Inklusion. Als dann 2009 der Bundestag so nebenbei das mal so unterzeichnet hat in der Nachtsitzung und kaum noch Leute da waren, die da Verantwortung wirklich übernommen haben, muss man sagen, da startete ein Bus, von dem niemand wusste, dass der so losgeht. Und wie breit dann die Welle war und wie, ich sage mal, welche Geräusche der auch gemacht hat und was der alles nach sich gezogen hat, das war wirklich überraschend. Und dein Bild, finde ich, passt schon. Viele fühlten sich nicht mitgenommen, viele fühlten sich vielleicht überrollt, viele hatten den Eindruck, der fährt in eine falsche Richtung und andere haben gesagt, der fährt noch viel zu langsam. Und diese Zerreißprobe, das hat die Diskussion unheimlich aufgeladen. So die ersten zehn Jahre nach 2009, da gab es wirklich vehemente Auseinandersetzungen, auch mit großem Engagement, sehr unterschiedliche Positionen. Das ist Inklusion und das ist Nicht-Inklusion und das wird dem gar nicht gerecht. Und das ist ein völlig falsches Verständnis. Solche Debatten hatten wir heftigst. Und ich glaube, um dein Bild aufzugreifen, ja, manche hatten das Gefühl, der Bus fährt irgendwie ungeplant. Der fährt zu Zeiten und kommt an Stationen an, die wir gar nicht wollten. Ich sage mal ein Beispiel, Abschaffung der Förderschulen. Brauchen wir überhaupt noch so etwas wie Sonderpädagogik? Einige Kollegen haben die Position vertreten. Nee, Auflösung der Sonderpädagogik, Auflösung der Förderschulen und alle sind dabei. Und das ist natürlich auch eine Richtung, über die man streiten muss, ob das wirklich dann die Bedarfe gut abdeckt, ob das wirklich dann alle mitnimmt oder ob das eher dazu führt, dass manche stehen bleiben und zurückgelassen werden. Und das war durchaus eine vehemente Debatte. Und viele Lehrkräfte haben sich da auch nicht mitgenommen gefühlt. Sie haben das Gefühl gehabt, jetzt sitze ich im Bus und der fährt plötzlich in eine Richtung, wofür ich gar nicht ausgebildet bin, die ich gar nicht anstrebe, die ich gar nicht eigentlich möchte. Natürlich darf man nichts gegen Inklusion sagen, das ist auf jeden Fall ein Menschenrecht und ist auf jeden Fall gut. Aber ich bin dann mit den Schülern, die für mich eine große Herausforderung darstellen, im Klassenzimmer alleine. Und die Sonderpädagogik ist weit weg. Und jetzt muss ich irgendwie damit klarkommen. Also da fühlten sich auch tatsächlich manche nicht wirklich mitgenommen und plötzlich in eine Richtung gefahren, die sie gar nicht wollten. Mein Gefühl wäre auch, dass, also wie gesagt, ich bin jetzt keine Lehrkraft, aber so dieses, warum hat mir denn der Arbeitgeber keine Jahreskarte gekauft? Also wo ist das Geld dafür, damit ich das einfach sorgenfrei machen kann? Also sind da, warum sind da, also gefühlt Fehler gemacht worden? Oder wie kann man das Thema nochmal aufbringen? Weil ich das schon im Gespräch mit Lehrkräften auch öfter höre. Ja, weder Zeit noch die Ausstattung, der Gedanke, den tragen alle mit. Aber ja, wo ist die Jahreskarte? Super, ja, da passt dein Bild auch gut. Genau, das ist auch so ein Punkt, wenn wir das mal ein bisschen erweitern, ob es Geld ist jetzt. Ich würde es mal erweitern auf Ressourcen. Es gehört nämlich auch Personal dazu, auf jeden Fall. Es gehört zum Beispiel die Ausstattung der Schulen dazu. Es gehört sowas wie auch Räumlichkeiten, die entsprechend sind. Der Zugang zum Beispiel für Menschen, die den Rollstuhl nutzen. In vielen Schulen gab es gar keine Möglichkeit, erstmal auch körperlich daran teilzunehmen. Oder zum Beispiel die Ausstattung von Klassenzimmern. Wir haben sowas wie eine akustische Sanierung in manchen Räumen machen müssen, damit Menschen, die eingeschränktes Hörvermögen haben, dass diese Räume, die so schlecht akustisch sind, dass sie überhaupt was hören konnten. Und das sind so Punkte, wo wirklich die Ressourcen gefordert waren. Und dann die ganz zentrale Ressource, das Personal. Also viele Schulen haben gemerkt, das kriegen wir nicht einfach so mit Bordmitteln hin. Und die Sonderpädagogik, die die Expertise mitbringen soll, kann man auch nochmal in Frage stellen. Aber die ist dann vielleicht zwei Stunden die Woche da. Oder vielleicht auch mal vier Stunden. Aber die restliche Unterrichtszeit bin ich alleine mit den Kindern. Wie kriegen wir eine Ressource hin? Dann hat man angefangen mit Inklusionshelfern, also sogenannten Non-Professionals, die also jetzt nicht ein Studium oder eine Ausbildung absolviert haben, irgendwie versuchen zu Lücken auch zu decken, Lücken zu schließen. Eltern haben Anträge gestellt auf besondere Unterstützung für ihr Kind. Die durften dann aber nicht mit den Klassen arbeiten, sondern mussten sich auf das einzelne Kind konzentrieren. Dann war das Kind ganz isoliert, weil es gab immer eine erwachsene Bezugsperson. Und warum soll ich damit mal mitschüren? Also verstehst du, das waren so viele Sachen, die gleichzeitig losgeprasselt sind. Und auch so komplexe Anforderungen. Und das hat dazu geführt, dass wirklich auch ein Stück weit man sich da alleingelassen gefühlt hat. Und auch diese Ausstattung, Personal kannst du nicht von heute auf morgen produzieren. Wir haben eine Aufstockung der Ausbildungsplätze für Sonderpädagogik ganz massiv in den letzten zehn Jahren erlebt. Aber bis die dann in den Schulen ankommen, das dauert ja sechs, sieben Jahre. Und dann müssen die erst mal den Abgang ersetzen und so weiter. Also das war wirklich oder ist, glaube ich, bis heute eigentlich eine Unzufriedenheit mit dieser Aufgabe, vor die man plötzlich gestellt wird, wo man nicht einen Prozess der Entwicklung hin zur Qualifikation, hin zu den Ressourcen, die ich auch sinnvoll einsetze, wo man nicht einen solchen Prozess, wo man nach Fahrplan, um dein Bild nochmal aufzugreifen, wo man nach Fahrplan auch ein Stück weit strukturiert vorgeht. Und da fühlten sich viele überfordert, überfahren. Eine Frage, die sich mir noch gestellt hat, wo wir, ich meine, das passt natürlich jetzt auch perfekt in das Bild rein, aber ich habe bei euch eine Formulierung gelesen, oder die habt ihr, glaube ich, auch übernommen, dass die Inklusion ein nie endgültig zu erreichendes Ziel ist. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann das irgendwann auch mal befriedigend sein für Lehrkräfte? Also das ist ja auf der einen Seite ein sehr realistischer und guter Ansatz, ein sehr offener Ansatz. Aber was heißt das für die Arbeit mit der Inklusion? Also wann kann ich, wie sind die, gibt es Etappenziele, wo du sagst, okay, das sollte man betrachten? Oder ja, wie geht man damit um? Super, das ist eine ganz zentrale Frage generell im Lehrerberuf. Also Lehrkräfte, wann kriegen die denn mal eine Erfolgsrückmeldung? Würde ich dich mal fragen. Also wann hast du denn als Lehrkraft mal Erfolg gehabt? Wenn du das Schuljahr gut überlebt hast und die Schüler auch? Oder wenn deine Schüler was Bestimmtes gelernt haben? Wird das überhaupt kontrolliert? Wird das überhaupt gemessen für dich? Also kriegst du sowas wie ein positives Feedback als Lehrkraft? Es ist immer zu wenig, immer. Und das ist ein grundlegendes Problem bei dem Job. Das trifft natürlich bei Inklusion nochmal deutlicher zu. Und eigentlich ist das genau ein grundlegendes Dilemma von akademischen Berufen. Wann hast du jemals wirklich Erfolg? Und gerade solche, ich sag mal, weichen Dimensionen wie Lernerfolg, soziale Kompetenzen, emotionale Zufriedenheit. Wann bist du da einen Schritt weitergekommen? Eigentlich hilft nur, dass du dir zwischen Ziele setzt. Dass du sagst, okay, für diesen Lernprozess, da will ich, dass meine Schüler erfolgreiche Fortschritte haben. Und du praktisch auf der Ebene der Lernfortschritte einzelner Schüler kontrollierst. Was hat eine Schülerin, ein Schüler dazugelernt? Und das kannst du genauso für die leistungsstarken Schüler messen, genauso wie für die leistungsschwachen Schüler. Dass du den Ausgangswert, dass du so etwas wie eine Lernvoraussetzung mal genauer bestimmst, dass du genauer erhebst, von welchen Vorkenntnissen geht denn Schülerinnen und Schüler aus? Und welche Lernfortschritte macht sie oder er denn? Und das ein Stück weit zu begleiten durch Einschätzungen, vielleicht durch einfache Formen der Erhebung, dass du so etwas dir selber auch als Rückmeldung gibst, als Lehrkraft. Das würde dazu führen, dass du merkst, Mensch, das geht doch schon viel besser. Beispielverhalten. Wir haben oft schwierige soziale Situationen in Klassen und im Laufe der ersten drei Monate beruhigt es sich etwas. Aber Lehrkräfte bleiben oft unzufrieden, weil es noch nicht optimal funktioniert. Da müsste man eigentlich sagen, okay, ich messe das mal am Anfang, wie unruhig es ist und nach zwei Wochen und nach sechs Wochen und nach drei Monaten und dann merke ich, es geht doch schon viel besser. Ich muss mir also so eine Rückmeldekultur, Feedbackkultur, sagt Teddy dazu, muss ich mir selber einbauen. Und dann merke ich auch meine Fortschritte. Aber das ist, glaube ich, ein neues Denken, das gerade auch im Kontext Inklusion eigentlich ganz wichtig und sinnvoll ist. Wir, glaube ich, haben jetzt ein bisschen das angeschnitten, wo es hingehen soll heute oder wo es auch an eurem Projekt hingeht. Und du hast jetzt schon so einen Ausblick, was man machen kann, uns gegeben, also in die Praxis geguckt. Und ich würde sagen, wir machen hier nochmal wieder eine kleine Pause, wie wir das beim letzten Mal auch gemacht haben. Und dann gucken wir uns gleich erstmal die theoretischen Grundlagen an. Und dann probieren wir die wieder mit in den Bus zu packen, in den Kofferraum und in die Praxis zu nehmen. Also bis gleich. So, da sind wir wieder und wir steigen in die Theorie ein, was nicht trocken sein muss, sondern einfach nur die Grundlage legen soll für das, was wir heute besprechen, was in dem Projekt passiert. Und dazu hätte ich dann gleich mal die Frage, ob du mir kurz den Index der Inklusion skizzieren kannst. Und was ich besonders interessant fand, dass da die Worte waren, inspirierende Fragen. Und wenn du das aufreifen könntest und dann vielleicht sagen könntest, wie man zu praktischen Antworten kommt, durch inspirierende Fragen, das würde mich interessieren. Da hast du aber schon eine ganze Reihe von spannenden Fragen gestellt. Also zum einen kann man ja sagen, der Index für Inklusion stammt aus Großbritannien, ist dort entwickelt worden. Tony Booth ist einer der Autoren und er hat auch in einem Vortrag in Deutschland mal gesagt, uns ging es darum, den Schulen, den Lehrkräften, den Professionellen ihre Wertegrundlagen deutlich zu machen. Also von welchen Werten aus gehen wir denn in Schule? Wie können wir diese Werte aktivieren, sodass alle Kinder teilhaben? Alle Kinder nehmen an unserer Schule teil und der Index für Inklusion versucht, auf Ebene der einzelnen Schulen jetzt zu entwickeln, wo stehen wir und wo müssen wir uns weiterentwickeln. Sie haben dann drei Dimensionen, inklusive Strukturen, inklusive Praktiken und inklusive Kulturen. Und diese drei Dimensionen werden dann untergliedert in zahlreiche Fragen. Der Index ist jetzt dafür gedacht, dass eine Schule eine kleine Gruppe, eine Taskforce gewissermaßen installiert und sie gemeinsam entwickeln, wie geht jetzt dieser Prozess. Und dann in mehreren Schleifen werden diese Fragen miteinander diskutiert. Und der Grundgedanke dahinter ist, wir entdecken, was unsere Werte sind, was unsere Wertvorstellungen sind, wo wir hinwollen. Wie kommen wir dann zu den Antworten, was zu tun ist, um deine letzte Frage mal aufzugreifen? Da gibt der Index für Inklusion keine Hinweise. Der Index vertraut darauf, dass die Schulen am besten selber wissen, was dann die richtigen Maßnahmen sind. Wie ich am besten Praktiken entwickle, Kulturen entwickle, Strukturen verändere, um alle Kinder teilhaben zu lassen. Aber wie ich konkrete Maßnahmen finde, dazu gibt es keine Anleitung. Aber der Index ist kostenlos dann zur Verfügung gestellt worden. Viele, viele Schulen haben damit gearbeitet und viele haben sich auf so einen Prozess gemacht, auf so einen Weg gemacht und haben, glaube ich, viel Engagement und viel Herzblut eingesetzt, sich da auf diesem Weg der Inklusion mit Hilfe dieser Strukturierung zu machen. Da ist das bestimmt hilfreich. Der Punkt ist, was kann ich konkret tun? Da ist nach meiner Einschätzung, brauchst du mehr Hilfen als im Index stecken. Also ich halte es auch für sinnvoll zu sagen, wir geben die Antworten nicht vor, weil es ja tatsächlich auch sehr heterogen ist und man bestimmt nicht für alle Schulen was vorgeben kann, was dann die richtige Lösung ist. Von daher kann ich den Ansatz schon nachvollziehen. Wir wollen aber heute ja nochmal so ein bisschen auf die Praxis dann noch rauskommen. Aber um diesen Block nicht zu verwässern und nicht das Versprechen zu brechen, dass wir jetzt die Theorie besprechen, würden wir einfach nochmal die anderen beiden Dinge, die prominent Erwähnung finden bei euch, aufzeichnen. Und da wäre für mich der nächste Punkt, dass da die Qualitätsskala zur inklusiven Schulentwicklung ein Thema ist. Auch das vielleicht kurz als Grundlage von dir beschrieben. Ja, das ist ein ganz spannendes Instrument, auch auf Ebene der Schule, wo Schulen auch miteinander besprechen, aber konkretere Anleitungen bekommen, konkretere Hilfen bekommen. Und damit haben eine ganze Reihe von Schulen in Bayern gearbeitet. Kollege Ulrich Heimlich und sein Team haben dieses Instrument entwickelt und haben ein bestimmtes ökosystemisches Modell, wie Schulentwicklung geschehen kann und geben damit auch ein bisschen mehr Struktur vor, wie man auch Veränderungen auf den Weg bringt. Und damit liegen auch empirische Befunde vor, was beim Index so erstmal nicht ist, aber die Skala ist also tatsächlich auch empirisch geprüft. Und da sehen wir also, das hat auch Effekte. Und gerade auch die Kooperationsqualität wird dadurch gesteigert. Und das scheint so ein Schlüssel zu sein, wie Schulen gut diese Aufgabe der Inklusion bewältigen. Also nicht der Einzelkämpfer, der in seiner Klasse jetzt mit diesem einzelnen Schüler irgendwie versucht, eine Lösung zu finden, ist die Antwort auf die Aufgabe der Inklusion. Sondern wie können wir uns als Schule, als Kollegium, als Team weiterentwickeln? Welche nächsten Schritte können wir tun? Und da hilft die Quiz doch deutlich mehr. Und da haben wir auch ganz positive Befunde, wo Schulen uns brichten. Damit kommen wir ein ganzes Stück weiter. Das ist ja immer ein guter Punkt, wenn man auch das Feedback dazu hat und das dann auch weitergeben kann. Von daher auch wahrscheinlich ein ganz guter Ansatz. Und bei euch zu finden, sozusagen in dem Text und auch frei zugänglich für alle Schulen und wahrscheinlich auch schon bekannt. Oder ist das noch nicht bekannt genug? Ja, man könnte immer noch mehr tun. Das ist auch klar. Aber die Quiz ist zum Beispiel an alle Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben in Bayern, vergeben worden. Und es gibt leicht zugängliche Informationen dazu. Und das kann man wirklich auch gut nutzen. Also die Zugänglichkeit ist ganz klar da. Letzter Teil der Theorie, also die wir jetzt erstmal sozusagen angehen wollen, ist das 4a-Schema. Und da, ja, ich habe so das Gefühl, dass es so ein bisschen immer von Ist-Zuständen und Bedürfnissen ausgeht. Also alle von diesen Theorien haben ja irgendwie das in sich. Aber wenn du vielleicht einfach das 4a-Schema nochmal erklärst und wir einfach so ein bisschen auf diese Frage von Bedürfnissen und Ist-Zuständen nochmal eingehen können. Ja, sehr gerne. Ja, das 4a-Schema, und da wird deutlich, wie grundlegend auch der Auftrag Inklusion ist, wurde von der Menschenrechtsbeauftragte der UN für Bildung entwickelt, entwickelt, Tomaszewski. Sie hat von 4a-Schema gesprochen, um deutlich zu machen, dass Bildung für alle zugänglich sein muss. Wir denken bei Inklusion ja ganz oft daran, dass Menschen mit Behinderung, Kinder, Jugendliche mit Behinderung, jetzt in die allgemeine Schule kommen. Wenn man aber die UN-Konvention, wo Inklusion die Aufgabe ist, wenn man sich das anschaut, dann ist Bildung nur ein Artikel von 50. Es geht um die Teilhabe in Politik, in Kultur, in Bildung, in verschiedenen Lebensphasen, besonders bei besonderen Benachteiligungen. Weltweit betrachtet haben wir einfach Frauen mit Behinderung, haben eine mehrfache Benachteiligung. All das wird in der UN-Konvention angesprochen. Und das 4a-Schema ist jetzt die Anwendung dieses ganz breiten Menschenrechts auf Teilhabe und Partizipation auf das System der Bildung, und zwar lebenslange Bildung. Also schon vor Schule, Kindergarten sowieso, aber auch schon frühe Förderung, bis hin zum lebenslangen Lernen. Und Tomaszewski hat gesagt, wir brauchen Adaptability, Adaptierbarkeit. Also Bildung muss sich adaptieren an die Lernvoraussetzungen, an die Bedarfe der Landen. Da muss ich so etwas wie eine Gebärdensprachzugänglichkeit sicherstellen. Ich muss für Menschen, die Sehbeeinträchtigungen haben, muss ich technisch eine entsprechende Kompensation ermöglichen. Ich muss wirksame Lernmethoden für Schülerinnen und Schüler, die Lernschwierigkeiten haben, zur Verfügung stellen. Adaptability, also Anpassung. Availability. Weltweit gibt es sehr, sehr viele Menschen mit Behinderung, die keine Chance haben auf Bildung. Availability bedeutet, die Hilfen sind vorhanden. Die Schulen, die Bildungsunterstützungen, die gibt es. Availability, also überhaupt verfügbar zu sein. Dann Accessibility, niedrigschwellige Zugänge, keine Barrieren. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, im körperlichen Bereich sehen wir das vor Augen, aber wenn man daran denkt, große Schulen, und da nehmen jetzt Menschen, Kinder, Jugendliche mit geistigen Beeinträchtigungen zum Beispiel teil, wie orientiere ich mich denn überhaupt? Wie finde ich jetzt den Chemiesaal? Also diese niedrigschwellige Zugänglichkeit, die spricht ganz viele Dimensionen. Und die größte Schwelle ist die Sprache, die Lehrersprache. Wie oft habe ich auch als Lehrkraft über das Niveau meiner Schüler hinweg geredet. Und ich muss Accessibility, also Zugänglichkeit, ich muss eine Sprache nutzen, die zugänglich ist, die die Schüler nutzen können, die die Schüler verstehen, aufnehmen können. Und Acceptability, eine grundsätzliche Akzeptanz von Diversität und Heterogenität. Also unterschiedlich zu sein, als wertzuschätzen. Diese Acceptability, auch bezogen auf die Inhalte. Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen mit besonderen Rahmenbedingungen, sie haben das Recht auf die allgemeine Bildung, die mehr hilft, an der Gesellschaft teilzuhaben. Da siehst du, wie fundamental dieses 4a-Schema eigentlich ist. Und das kommt uns so selbstverständlich vor. Aber wenn wir das mal runterbrechen, auf einzelne Lerngruppen, auf einzelne Schülerinnen und Schüler, dann merken wir, wie brisant diese 4 Dimensionen sind. Und welche fundamentale Aufgaben damit gestellt werden. Und du hast vorhin auch schon so gefragt, wie können wir Erfolg erleben? Wenn wir einen Schritt weiterkommen, ist es ein Erfolg. Wenn wir ein Stück weit mehr Zugänglichkeit schaffen, dann sind wir auf einem guten Weg. Und da geben uns dieses 4a-Schema, gibt uns sowas wie Leitlinien der Entwicklung an. Ich frage mich so ein bisschen, also du hast ja vorhin auch gesagt, sowas muss auch im Kollegium gelöst werden, also kooperativ. Und du hast jetzt sowas grundsätzliches angesprochen. Und dann stellt sich für mich die Frage, wo nimmt Bildung was, kann Bildung Hilfe von der Gesellschaft schon kriegen? Weil da ein Teil der Inklusion schon vielleicht irgendwie ein Schritt weiter ist oder in eine andere Richtung gegangen ist, die interessant ist. Und wo ist es die Aufgabe der Bildung, für die Gesellschaft was zu machen? Also weil das muss ja auch irgendwie kooperativ oder kann kooperativ funktionieren, sodass es besser funktioniert. Aus meinem Empfinden jetzt, erst mal so gesagt. Ja, Jürgen Oelkers hat das mal so analysiert. Ein gesellschaftliches Problem wird ganz oft auf die Schule delegiert. Und früher Friedenserziehung, dann Umwelterziehung, jetzt Digitalisierung. Schule mach mal. Ja, und das funktioniert so nicht. Sondern Schule ist ein Teil der Gesellschaft und Schule ist ein Riesentanker. Bis Schule sich mal ändert, bis Schule sich da was dreht und eine Richtung ändert, da muss man einen langen Atem haben. Und das heißt, natürlich leistet die Schule ihren Beitrag auch zu Innovationen in der Gesellschaft, aber man kann nicht die Lösung gesellschaftlicher Probleme von der Schule erwarten. Da braucht Schule auch einen Beistand. International sieht man das sehr deutlich. Schulen, die sich auf den Weg der Inklusion machen, die haben dann auch Kontakte in die Kommune hinein. Da gibt es dann Firmen, die mitarbeiten. Da gibt es dann soziale Initiativen, die die Schule mit unterstützen. Da gibt es eine Vernetzung in verschiedene Kontexte hinein. Arbeitswelt, Kultur, aber auch so etwas wie soziale Hilfen. Und das muss gerade beim Thema Inklusion muss das gegeben sein. Ich habe gerade, der Gedanke mag vielleicht auch in eine falsche Richtung führen, aber es gibt ja diesen Ansatz im Digitalen, dieses Bring-Your-Own-Device. Gibt es Punkte, wo du sagst, da wäre dieses Bring-Your-Own-Inklusions-Ansatz mit, also dass man sagt, Leute, die einen Anspruch auf Inklusion, den Bedarf haben, wo man sagt, da muss darauf eingegangen werden, gibt es da was, wo du sagst, da hat jemand vielleicht in seinem Alltag etwas, was er in die Schule mitbringen könnte, wo Schule daraus lernen kann. Super. Ja, das finde ich total wertvoll, was du jetzt sagst. Und eigentlich hat jede Schule solche Ressourcen oder solche Profilmerkmale. Und die sich in Ruhe anzuschauen, was sind unsere Stärken, damit würde ich starten. Man muss auch mal jammern und klagen, das ist an den Schulen eigentlich gut etabliert. Und dann sagen wir mal, jetzt gucken wir mal auf die andere Seite. Was sind unsere Stärken? Was bringen wir schon mit? Und da bin ich mir sicher, dass jede Schule eigentlich auch ihre Stärken hat. Und von dort ausgehend, wie können wir die systematisch ausbauen? Wie können wir die nutzen? Das ist ganz toll. Und jetzt mal, ich spreche das gerne mal runter auf die Ebene der einzelnen Lehrkraft. Was bringe ich als Lehrerin, als Lehrer denn mit? Ich habe zum Beispiel immer gerne Gitarre gespielt. Das war super. Damit habe ich ganz viele Kids erreicht. Und habe dann mit denen, mein Klassenlied mit ihnen haben wir dann einstudiert und Bewegung dazu. Da habe ich sie immer gekriegt. Und ich sage mal, was bringe ich als Lehrkraft mit, womit ich meine Schüler auch begeistern kann? Das ist toll. Das macht mir als Lehrkraft Spaß. Und ich merke, ich habe da Erfolg. Ich erreiche meine Kids. Und das systematisch zu nutzen, ich sage mal, von den Ressourcen ausgehen, das hört sich so banal an. Oder so allgemein an. Aber das sich genau anzuschauen, was sind unsere Stärken? Das sehe ich gerade zum Beispiel bei Brennpunktschulen. Das haben die vor Augen. Was können wir? Vielleicht auch, wo können wir dann nicht weiter? Aber was wir können, das setzen wir voll und ganz ein. Und damit geht es denen gut. Und das sind so Punkte, glaube ich, wo Inklusion eigentlich zum Gelingen führt. Und dann erreiche ich zum Beispiel auch eine tolle Beziehung zu diesen Schülerinnen und Schülern, die besondere Bedarfe haben. Nämlich oft suchen die nach einer intensiven Beziehung zur Lehrkraft. Und viele Lehrkräfte sagen dann, darauf will ich nicht mehr verzichten. Dieses Erlebnis, eine vertrauensvolle Beziehung zu einem solchen Schüler, zu einer solchen Schülerin, das ist eine tolle, ganz neue Dimension. Und das ist auch eine Stärke, die ich erfahre in meinem konkreten Arbeiten als Lehrkraft. Und das will ich nicht mehr missen. Und auf das konkrete Arbeiten gehen wir nochmal gleich im letzten Teil ein. Denn ich denke, dass wir die theoretische Grundlage und in dem Teil darf man noch von Ressourcen sprechen, einfach gelegt haben. Und dann gucken wir, dass wir gleich vielleicht nochmal in einem letzten Teil auf praktische Ansätze, auf Ausblicke eingehen und gucken, dass wir allen nach der Theorie einfach nochmal die Brücke schlagen in den Unterricht oder in den inklusiven Alltag. bis gleich. So, herzlich willkommen zurück. Wir sind aus den Tiefen oder Höhen der Theorie, je nachdem, nach dem Blickwinkel wieder zurückgekehrt und wollen jetzt nochmal zum Abschluss den Weg in die Praxis finden. Und deswegen, Clemens, meine erste Frage direkt, welche Brücken gibt es von der Theorie zur Praxis und welche braucht es noch? Also eine wichtige Brücke ist natürlich das, was wir schon in unserem ersten Teil gesagt haben. Basis ist ein guter Unterricht, was wir da gehört haben. Ein sauberes Classroom-Management, unabdingbar für erfolgreiche Inklusion, gute kognitive Aktivierung, gutes Feedback. Das sind die Sachen, die uns helfen. Das ist erstmal die allgemeine Grundlage. Wenn man das ein bisschen ausfaltet, ein bisschen genauer informiert, wir hatten schon auf Hattie verwiesen oder auf andere Literatur, die zeigt, was dazu gehört, was zum guten Unterricht gehört. Da haben wir schon mal ganz viel gewonnen. Da wissen wir auch, was konkrete Maßnahmen sind. Zum Beispiel sowas vielleicht eher ein bisschen Verrufenes, aber sowas wie eine direkte Instruktion, wo ich in fünf bis zehn Minuten ganz gezielt was Neues vermittle und dann Schüler sehr angeleitet erst üben lassen, dann sehr frei üben lasse. Das ist eine gute Struktur für einen guten Unterricht. Nur so mal als provokativen Punkt, wie diese Basis auch aussehen kann. Und so könnte ich dann mit Peer-gestützten Verfahren, auch mit guten selbststrukturierenden Lernverfahren, so könnte ich eine gute Grundlage legen. Jetzt denkt vielleicht, die eine oder andere Lehrkraft Inklusion bedeutet, ich habe jetzt so heterogene Lerngruppen, 26 Schüler in meiner Klasse und für jeden Schüler muss ich einen eigenen Lehrplan machen. Das ist so nicht gedacht, sondern wir lernen auch als Gruppe. Wir lernen gemeinsam. Wir lernen miteinander und wir lernen voneinander. Das führt dazu, dass man Teilhabe erlebt. Gemeinsames Lernen, Gemeinsamkeit. Nicht gemeinsam einsam zu sein, wie mein Kollege gesagt hat, also im Klassenzimmer jeder arbeitet alleine, das führt zu einer Demotivation. Da gibt es auch klare Befunde. Gemeinsam zu lernen bedeutet auch, ich habe Freude auch mit dem anderen zu lernen und merke auch, wie erfolgreich das ist. Das heißt, ich kann auch mit Gruppen arbeiten, ich sollte mit Gruppen arbeiten und ich muss dann schauen, welche Schüler brauchen eine intensivere Unterstützung. So nach den internationalen Befunden sagt man, Mensch, so ein guter Unterricht, den wir schon skizziert haben, das ist für 85 Prozent der Schüler. Wunderbar, da kommen die wunderbar mit zurecht, machen ihre Lernfortschritte, sind gut zufrieden, erreichen viel bessere Erfolge, wenn wir das schon mal umsetzen. Und darauf aufbauend braucht man dann so nochmal so für 10, 15 Prozent Schüler intensivere Unterstützung, wo man nochmal gezielt anleitet, die Regeln zu beachten, sein Lernen besser zu strukturieren, sprachliche Voraussetzungen zu kennen, das Vorwissen zum Fach sich anzueignen. Da brauche ich nochmal intensive Unterstützung, das sind dann so, ich sage mal, zwei, drei Schüler in meiner Klasse, denen ich nochmal intensivere Hilfen gebe. Und dann gibt es vielleicht nochmal ein Schüler, bei dem reicht das nicht aus, da muss ich nochmal sehr individualisiert, sehr intensiv, begleitend das Lernen, das Miteinanderlernen unterstützen. Und dann haben wir so ein bisschen ein gestaffeltes System der Unterstützung, je nach Bedarf wird die Unterstützung intensiver. Das klärt so ein bisschen auch die Aufgaben, die Sonderpädagogik ist besonders auch für diese intensive Form der Unterstützung zuständig. Natürlich bedeutet das nicht, ich ziehe mich aus dem Allgemeinunterricht raus, aber gerade da ist die Spezialisierung, das genaue Know-how, wie kann ich jetzt ein Schüler mit schweren Lernbeeinträchtigungen, mit herausfordernden Verhaltensweisen, wie kann ich den am besten unterstützen? Da brauche ich dann die professionelle Kooperation. Also das finde ich alles sehr nachvollziehbar. Was ich nochmal ganz rückgeltes Hand finde, wir haben jetzt im Theorie-Teil nochmal diese zwischenmenschliche Komponente angeschnitten und dann gesagt, packen wir nochmal in den nächsten Teil. Und da wäre für mich so dieses Element, das auch begeistern könnt, also was ja auch gehört zu generellem guten Unterricht, aber wo man wahrscheinlich in der Inklusion auch nochmal aus den eigenen Talenten, aus dem eigenen Gitarre spielen zum Beispiel, welche Strategien du da siehst oder vielleicht auch einfach, wenn du Hinweise geben kannst, gucken sie doch mal, ob sie das und das vielleicht können und das vielleicht mitnehmen können in einer Unterrichtssituation. Weil vielleicht ist ja auch manchmal dieses für eine Lehrkraft dieses Selbstbeobachten, wo finde ich überhaupt einen Ansatzpunkt vielleicht auch schwer. Kannst du dazu was sagen oder ist das zu weit gedacht? Also ich finde das einen ganz zentralen Punkt, den du da eigentlich aufgreifst. Wie merke ich denn als Lehrkraft selber, wie ich mich weiterentwickle? Wir wollen ja nicht stehen bleiben, sondern wir wollen uns weiterentwickeln. Da wäre so ein Punkt, dass man kollegial zusammenarbeitet. International ist das sehr klar, Lesson Study ist so ein Stichwort. Das heißt, ganz einfach zusammengefasst, kleine Teams, zweier, dreier Teams von Lehrkräften entwickeln sich gemeinsam weiter. Das kann sein im Fach, dass man die Fachkollegen, dass man da kooperiert und sagt, Mensch, ich will mal was Neues ausprobieren. Diese Lerngruppe stellt mich vor neue Herausforderungen. Was könnten wir zusammen tun? Man beobachtet mal zusammen, analysiert, woran liegt es? Dann versucht man was Neues, setzt es im Unterricht um, beobachtet sich dabei gegenseitig und gibt sich gegenseitig Feedback. Und das ist einfach so als Schleife. Lesson Study nennt sich das und das ist einfach etabliert von Japan ausgehend in vielen europäischen und nordamerikanischen Staaten. Das gehört zur Professionsentwicklung von Lehrkräften dazu. Und dann merke ich durch die Rückmeldung meiner Kollegen, das kann ich gut, das klappt ganz gut und da muss ich mich weiterentwickeln. Und das sind doch super Entwicklungsfortschritte, wenn man da vertrauensvoll miteinander arbeiten kann. Von daher, kurze Antwort auf deine Frage, ich versuche es mal. Ich suche mir eine Kollegin, einen Kollegen, mit dem ich vertrauensvoll zusammenarbeite und wir gucken uns gegenseitig über die Schulter und geben uns gegenseitig Unterstützung. Dann bin ich auf einem guten Weg. Wie viel vom Lehrer privat kann da oder darf da einfließen? Weil ich sage immer so, deine Gitarre spielen, ich nehme es jetzt mal als Beispiel, ist ja etwas, das du aus deinem privaten Bereich mitgebracht hast. Und wie sehr, also wo denkst du, ist da eine Grenze oder wo sind da Möglichkeiten, den Lehrer als Menschen in dieser zwischenmenschlichen Sache auch einzubringen? Und wie funktioniert das im Kollegium, sich da zu bestärken oder auch zu beobachten? Es ist so die Frage von Abgrenzung auch oder auch von Involvement. Also wie weit bringe ich mich ein? Das ist natürlich so, dass jede Lehrkraft da so seine eigenen, ihre eigenen Grenzen austesten und auch erproben muss. Ganz klar ist, wenn einem auch schwierige Situationen zu sehr nachgehen, das ist kein Beitrag zu psychischer Gesundheit, sondern da auch ein Stück weit Abgrenzungen machen zu können oder auch so ein professionelles Coping, also eine professionelle Bewältigung einzubauen, das gehört dazu. Das ist zum Beispiel so etwas wie kooperative Beratung ist ein Schlüsselkonzept, dass man wiederum mit Lehrerkollegien, mit kleinen Teams sich regelmäßig berät, eine regelmäßige Supervision sagen andere dazu, also solche Formen auch, wo man die Belastungen des Lehrerberufs auch verarbeitet, wo man miteinander versucht, auch neue Perspektiven zu entwickeln. Das ist ein wesentlicher Beitrag, um diese Spannung zwischen Nähe und Distanz, zwischen Involvement und auch Abgrenzung irgendwie auf den Punkt zu bringen. Ich glaube aber, dass gerade, wenn man sich klar wird, was sind meine Stärken, die ich mitbringe, andere bringen Kunst mit, wieder andere eher Bewegung, wieder andere ein spezifisches Interesse, einer meiner Biologielehrer, das war ein Imker, einmal im Jahr haben wir natürlich bei dem an den Bienenstöcken gestanden. Und das ermöglicht eine andere Form von Beziehung. Und das sind so Punkte, ich glaube, die Lehrkraft ist immer als Person gefordert. Und die Schüler suchen auch die Lehrkraft als Person. Das ist ein toller Lehrer. Das bezieht sich ja nicht nur auf das Fachwissen, sondern es bezieht sich auch auf den als Person. Und das sind so Punkte, wo ich mir, glaube ich, sehr gut überlegen sollte, was sind meine Stärken, auch meine Punkte, womit ich die Schülerinnen und Schüler anziehen kann. Und dies setze ich ganz bewusst ein. Und anderes grenze ich auch klar ab. Wir haben jetzt gesagt, wir sind in einem andauernden Prozess, der eigentlich nicht endet, weil er immer in Entwicklung sein soll. Trotzdem würde ich jetzt fragen, sind wir aktuell, ist das Glas halb leer oder halb voll, was die Inklusion betrifft? Rückfrage, welche Kriterien legst du denn an, lieber Nils? Dafür würde ich einen Experten einladen. Geschickte Strategie. Also ich sage mal so, man hat es ja am Anfang sehr stark schulstrukturell verstanden. Also dass Kinder mit Diagnosen, sondern bedrohischer Förderbedarf oder Behinderung, dass die jetzt in die allgemeine Schule kommen. Da gibt es in den nationalen Bildungsberichten, gibt es da ganz interessante Grafiken und Statistiken und so. Da haben wir uns wirklich stark verändert, sieht man. Das heißt, viele Kinder, unterschiedlich ein bisschen nach den Diagnosen, nach den sogenannten Förderschwerpunkten, viele Kinder sind jetzt inklusiv beschult. Eine der größten Inklusionsquoten ist im Bereich Verhalten, aber auch Lernen. Da sind über 50 Prozent aller Kinder, die so eine Diagnose haben, sind jetzt in der allgemeinen Schule. Könnte man sagen, haben einen Riesenschritt vorangetan. Wenn man sich die Statistik aber näher anschaut, dann sieht man, dass die Zahl der Kinder mit Förderbedarf deutlich angestiegen ist. Von 5 Prozent auf weit über 7 Prozent inzwischen. Das heißt, man hat jetzt mehr Kinder diagnostiziert. Das betrifft ganz besonders diesen Bereich Verhalten. Mehr Kinder haben eine Diagnose bekommen, die früher wahrscheinlich nie in eine Förderschule gewechselt wären, wo man nie diesen Überweisungsprozess in Gang gesetzt hätte, wie man das früher genannt hat, sondern die wären immer da geblieben. Jetzt hat man plötzlich Ressourcen. Durch die Diagnose kriege ich jetzt auch eine Unterstützung. Da kommen Sonderpädagogikstunden mit rein und so weiter. Das heißt, es ist ein zwiespältiges Ding, das an solchen statistisch einigermaßen verlässlichen Zahlen zu messen. Ein anderer Punkt wäre, wir gucken mal, wie viele Schulen haben denn jetzt Kinder mit Förderbedarf. Da sieht man ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Im norddeutschen Bereich haben wir praktisch in jeder Region, in jeder Schulform haben wir die Möglichkeit zur Inklusion. Das ist erstaunlich, wenn man sich die Zahlen mal anschaut. Die Landkarte finde ich da sehr beeindruckend, denn im Süden haben wir das nicht. Da sind die Zahlen sehr viel anders. Da haben wir plötzlich nur noch 20, 30 Prozent aller Schulen in einer Region, die sich als Auftrag Inklusion gesetzt haben und das auch umsetzen. Also auch da, die Statistik ist so divergent. Ich glaube, das Entscheidende müsste eigentlich sein, werden wir den Bedarfen der Schülerinnen und Schüler besser gerecht? Und das ist gar nicht so leicht zu messen. Letztlich ist so etwas wie ein Outcome. Wie viele Schüler schließen erfolgreich die Schule ab? Wie viele Schülerinnen und Schüler machen dann einen guten Lebensweg über berufliche Bildung dann in eine selbstständige Lebensführung? Das müsste eigentlich unsere Perspektive sein. Inwiefern werden die Potenziale von Schülerinnen und Schülern unterstützt und besser genutzt? Da müsste man eigentlich mit den Schülerinnen und Schülern selber reden. Man müsste sie fragen, wie geht es dir? Was hast du an Lernfortschritt gemacht? Wie kommst du mit deinen Mitschülerinnen und Schülern klar? Wie zufrieden bist du? Wie motiviert bist du zum Lernen? Also eigentlich müssten wir so eine Erhebung mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam machen. Aber da stehen wir glaube ich ganz am Anfang. Müssten wir die Kinder dann nochmal als Experten einladen für diese Frage? Völlig richtig. Und das ist total spannend, wenn du mal mit Schülerinnen und Schülern redest. Wann ist Unterricht denn gut? Was macht dir denn Spaß? Wo lernst du gerne? Was wäre denn ein Thema, was dich auch interessiert? Das wäre eigentlich auch Partizipation, wäre auch Inklusion mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam Unterricht weiterzuentwickeln. Wir bleiben dabei, dass die Fragen auf jeden Fall noch offen sind, dass wir gucken, dass wir die beste Antwort vielleicht darauf ist, weiterhin Fragen zu stellen. Und ich hoffe, dass wir jetzt einen kurzen Überblick gegeben haben, was bei euch im Projekt Thema ist, was Theorie ist, was praktisch ist. Und bedanke mich fürs Zuhören bei allen, die uns heute zugehört haben. Bedanke mich bei dir, Clemens, für die spannenden Antworten und überlasse dir wieder das letzte Wort. Erstmal danke ich dir, lieber Nils, für die totalen spannenden Fragen und Bilder. Den Bus, den nehme ich jetzt mit und ich hoffe, dass da noch sehr, sehr viele einsteigen und mitsteuern und auch mit zum Ziel kommen. Das wünsche ich mir. Dieser Podcast wurde unter der Creative Commons Lizenz CC by 4.0 veröffentlicht und ist zur Weiternutzung freigegeben. Mehr Informationen zu den Lizenzbedingungen, dem Projekt und den Materialien finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.uol.de slash oer-lkp Vielen Dank und auf Wiederhören!